Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel Reloaded. Das Finale des Spiels nähert sich. Oh, hier gibt es sogar noch was, eine Szene. Ähm, ich erkläre jetzt kurz mal noch vorher, was jetzt genau geschehen ist. In der letzten Folge sind wir, nachdem wir wieder aus der Zukunft gekommen sind, wieder zur Gilde gegangen, um Hilfe bei der Suche nach dem verborgenen Land zu bekommen. Da gab es dann ein paar Diskussionen, inwiefern das wirklich wahr ist. Der Einzige, der es mal wieder nicht geglaubt hat, war Plauderguy. Ähm, Überraschung. Und jetzt haben wir die Suche begonnen. Kurtl hat uns schon einige sinnvolle Informationen gegeben. Zum Beispiel, dass das Reliktfragment von das Fragezeichenman ganz am Anfang des Spiels gezeigt hatte, vielleicht in Verbindung damit steht. Und Knuddelhoff und Plauderguy haben schon einmal in einer Höhle dasselbe Zeichen gesehen. In der Salzwasserhöhle. Jetzt haben wir einen Tag Vorbereitungszeit, was leicht unnötig ist, dass es ein ganzer Tag ist, irgendwie. Auf jeden Fall ist jetzt Vorbereitung und dann geht es in die Salzwasserhöhle. Und ich hab mal wieder viel zu wenige Belebersamen. Kacke. Oh, noch einmal jung sein. Wäre ich jünger, würde ich mich auch der Herausforderung stellen, das Verborgen gelandet zu finden. Äh, stehen geblieben, Opa. Wer spricht da? Lang nicht gesehen. Was gibt's? Was wollt ihr? Also, wir sind Teams-Girl. Äh, hast du irgendwas in der Knuddelhoff gelandet zu schaffen, Opa? Äh, ich hab zufällig was von dir aufgeschnappt, was sich sehr lustig anhörte. Etwas über das verborgene Land. Äh, ich hab nur... Hä, da kommt jemand. Äh, die gelden Trottel. Opa, warum setzen wir diesen Plausch nicht an einem ungestörten Ort fort? Äh, äh, äh! Tja. Die bekommen wohl auch nochmal einen Auftritt. Auch ewig nicht gesehen in der Story. Seit der Expedition eigentlich... Oder? Doch, doch, eine Sache war danach noch. Ja, doch, das war danach mit Zwirfinst auf der Ampere-Ebene. Das war das letzte Mal, dass man von ihnen gehört hat. Aber dann die ganze Sache mit den Zahnrädern der Zeit, Rap 10, Reise in die Zukunft. Über all die Zeit hat man nichts von diesen Typen gehört. Ich hebe ganz schön viel ab, ich bin nämlich abgehoben. Hahaha, versteht ihr? Das war ein Witz. Weil abheben und abgehoben... Ach, Mann, Kett, Leon, du dummer Hauf! Ja, ich bin definitiv komplett im Arsch. Also, was brauche ich für die Salzwasserhöhle? Nicht. Ich brauche... Vermutlich nicht so viele Top-Elixiere. Die Samen nehme ich mal mit. Eine Siebelbeere. Ein Rotgummi. Was nehme ich mit? Die Sache ist die. An sich, es ist ein Fakt. Was? Siebelbeere habe ich auch so wenige? Was ist denn... Warum? Warum habe ich in Mystery Dungeon Team Himmel immer viel zu wenige Items gegen Ende? Nicht Plosivsamen, Heilsamen will ich. Meinen Rheinsamen nehme ich auch noch mit. Hä? Bin ich gerade irgendwie dumm? Hier. Einen nehme ich mit. Eigentlich sind zwei zu wenig für die Salzwasserhöhle. Aber es bringt ja alles nichts. Einer ist auch zu wenig für das Danach. Ich bin einfach itemtechnisch mal wieder komplett im Arsch. Das ist an Team Himmel immer das Tolle. Hier, nimm mein Geld. Was du da... Was du machen kannst, ist vielleicht mal hier Legs einnimmst. Oh, richtig Schmünzer. Wir sollten nochmal bei der Tohado-Klippe... Oh, ähm, ja. Gibt Sinn, ne? Für jedenfalls Reptale zurückgekommen ist. Ja, wäre ganz gut, wenn der auch mal Bescheid weiß, dass wir hier eigentlich jetzt gefühlt gleich ins verborgene Land reisen. So. Halte ich für sinnvoll zumindest. Der wartet einfach jetzt da zwei Wochen. Hallo, kommt ihr jetzt endlich? Ob Reptale zurück ist, würde ich gerne wissen. Gehen wir. Boah, das war jetzt wichtig. Ach, ein Moment. So, hab jetzt nochmal den Rest im Hintergrund geschlossen. Ich weiß, dass ich gesagt hab, dass ich das an sich immer mache, aber dieses Mal wollte ich's eigentlich nicht machen. Hat auch seine Gründe. Hilft offensichtlich auch nicht wirklich. Hm, da liegt ein Zettel. Ich hab keine Ahnung, was genau heute los ist. Reptan ist nicht hier. Hey, hier drüben. Gott, das wird jede Sekunde schlimmer. Kann das sein? Hier liegt ein Stück Papier. Da steht was im Fußabdruckruhen draufgeschrieben. Das ist ein Brief von... Brief. Ein Brief, Leute. Das ist ein Brief. Ähm, ja gut. Das ist ein Brief. Brief. Nicht Brief. Von Reptale. Es muss eine Mitte-Teilung für uns sein. Ich lese ihn vor. Weil du kannst nicht lesen. Fragezeichenman liest den Brief von Reptane in ungefähr 4 FPS vor. An Schmünter und... Ähm, wie hieß der nochmal? Das leckt so, weil ich nicht mehr wusste, wie Fragezeichenman heißt. Ah ja. Äh, wie geht's euch? Hallo! Wie läuft eure Suche nach dem verborgenen Laden? Alter, es ist so extrem gerade. Ich guck mal kurz, ob's was bringt, den Emulator zu resetten. Zu restarten. Hier nicht mal das Menü lädt. So sehr kackt's ab. So, saven. Also, ich hoffe, es geht ein bisschen besser, zumindest. Wie läuft eure Suche nach dem verborgenen Land? Für mich läuft's ganz gut. Ich hab schon 3 Zahnräder der Zeit eingesammelt. Ich muss nur noch 2 finden. Und ich hab vor, wieder zu euch zu stoßen, sobald ich alle 5 Zahnräder der Zeit habe. Alles läuft nach Plan. Tobitz und seine Freunde haben die Situation verstanden und kooperieren. Tobitz erzählte mir, dass Mitglieder eurer Gilde sie wissen ließen, dass ich käme. Vielen Dank dafür. Es ist ermutigend, dass immer mehr Pokémon dazu übergehen, mir zu vertrauen. Trotzdem werde ich mich von Schatzstadt und der Gilde fernhalten. Zunächst einmal, weil ich nicht weiß, ob mir die Pokémon in dieser Welt völlig vertrauen. Aber es gibt noch was Beunruhigendes. Es ist damit zu rechnen, dass Zwirfinst jederzeit aus der Zukunft zurückkommen kann. Zwirfinst? Wenn man darüber nachdenkt, Zwirfinst ist uns in der Zukunft nicht endgültig losgeworden. Ich würde nicht ausschließen, dass er uns hier jagen würde. Er will uns ja immer noch beseitigen. Okay, ich lese weiter. Da Zwirfinst kommen wird, sollten wir uns unauffällig verhalten. Dies ist ein anderer Grund, warum ich Schatzstadt und die Gilde meiden werde. Stattdessen werde ich vielleicht zur Tohaido-Klippe oder zum Strand kommen. Falls wir uns treffen, können wir dann Informationen austauschen. Euch in jedem Fall viel Glück. Wir stoppen die Lähmung des Planeten. Von Reptile. Okay, scheint als wäre Reptile sehr beschäftigt. Wir sollten mit unserer Aufgabe besser auch nicht scheitern. In diesem Brief nachtaucht Reptile entweder hier oder am Strand auf. Falls wir runter zum Strand gehen, sehen wir Reptile dort vielleicht. Wir sollten zum Strand gehen, bevor wir zurück zur Gilde gehen. Dann muss ich auch sagen, ist der Tag Vorbereitung nicht so sinnlos, wie ich dachte, weil ich hatte ganz vergessen, dass hier eine Szene kommt. Reptiles Existenz einfach verdrängt. Sehr gut, ich weiß. Es scheint zumindest ein bisschen besser zu laufen. Also sorry, aber ich kann ja nichts dafür werden, Reptile. Ich weiß ja gar nicht, ob der wirklich existiert. Vielleicht... Oh! Neues Kapitel. 18. Labras. Ich dachte, das nächste Kapitel beginnt irgendwie am nächsten Tag oder so. Nicht random, wenn ich den Screen zum Strand wechsle, ehrlich gesagt. Ich hatte gehofft, Reptile hier zu treffen. Nein, er ist auch nicht hier. Wo wir grad beim Nicht-Hier-Sein sind. Die Krabbi sind auch nicht hier. Die kommen abends immer hier, um Blasen in die Luft zu pusten. Ich liebe es, wie ihre Blasen in den Abendhimmel davon schweben. Wirklich schade, es ist eine Enttäuschung, aber... Sieh nur, Schmünter, der Sonnenuntergang ist so schön wie immer. Weißt du? Es war mein Traum, das Rätsel meines Reliktfragments zu lösen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das Reliktfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung steht. Was sicherlich daran lag, dass ich bis vor ungefähr... Äh, fünf Stunden nicht wusste, dass es existiert. Lol. Das erinnert mich daran, es war hier, wo Smogon und sein Handleier... Alles klar! Ich will ja eigentlich... Fragezeichen, man. Inwiefern hast du das verstanden? Erstens. Zubat ist schon kacke, aber du musst den nicht in jedem Dialog fertig machen. Letzte... Ich weiß noch die letzte Beschreibung. Smogon und sein Anhängsel. Zubat tut mir irgendwie ein bisschen leid. Und außerdem ist Smogon auch nur ein Handlanger vom fetten Stinktier mit der behinderten Horst Seehofer-Lache. Flashback! Zumindest mal welche vom Anfang des Spiels. Sorry, du Zwerg, aber das nehmen wir! Ah... Willst du's dir nicht zurückholen? Was ist los? Hast du Angst? Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Komm schon, hauen wir ab. Bis irgendwann, du Opfer! Hä? Ich erinnere mich, ich hatte zu viel Angst, um's zurückzuholen. Du hast mir damals Mut gegeben, Schmünter. So wurden wir damals zu dem richtigen Team weischt. Hier das Reliktfragment zurückzuholen war das erste Abenteuer für Team Gelb-Walkot. Den Namen finde ich immer noch nicht gut, aber... Jetzt verwenden wir dasselbe Reliktfragment, um zum verborgenen Land zu gelangen. Seltsam, wenn man so drüber nachdenkt. Das stimmt. Mein Abenteuer mit Fragezeichen-Man und die Suche nach dem verborgenen Land. Beides begann mit dem Reliktfragment. Dieser schöne Sonnenuntergang. Ihnen wird's nicht mehr geben, wenn die Nähmung des Planeten nicht aufgehalten werden kann. Wir müssen das verhindern. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir das verborgene Land finden wollen. Wir müssen morgen das Beste aus uns herausholen, Schmünter. Das stimmt, wir müssen uns sehr anstrengen. Ich muss die Mission zu Ende bringen, die ich hatte, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Meine Mission mit Reptain. Eine Mission, um die Pokémon dieser und der zukünftigen Welt zu helfen. Hm, was? Schmünter dieses... Was ist das? Sieht man jetzt wieder nicht, aber beim Sonnenuntergang schwimmt vor der Sonne eine Silhouette. Und diese Silhouette sieht garantiert nicht aus, wie das Pokémon, nachdem dieses Kapitel benannt ist. Ich geh kurz meine Whatsapps checken. Na danke, endlich. Ähm, ja. Was könnte das sein? Sieht aus, als Schwämme ist durch den Sonnenuntergang. Wartet. So, ich habe jetzt endlich mal eine der großen Fragen meines Lebens beantwortet. Ist dieser Satz richtiges Deutsch? Und ich würde eigentlich sagen, nein. An sich ist Schwämme durchaus eine Konjugation, die es gibt. Aber es ist eigentlich für die Vergangen... Es ist das Konjunktiv im Präteritum, also in der Vergangenheit. Wir lernen jetzt Deutsch, Leute. Und da das die Silhouette immer noch schwimmt, würde ich eigentlich eher Schwämme einsetzen, was das Konjunktiv für das Präteritum darstellt. Präsenz, nicht Präteritum. Sorry. Also finde ich, dass dieses Schwämme an dieser Stelle falsch platziert ist. Ich glaube, es ist ein Pokémon. Hm. Das ist irgendwie seltsam. Die Sonne ist fast weg. Wir sollten bald zur Gilde zurückgehen. Wuhu, lauft! Jetzt wird gleich ein Schwenk zur linken Seite gemacht. Ja, irgendwie war mir klar, dass die kommen, auch wenn ich mich nicht mehr komplett erinnert habe. Die Krabbi waren aus gutem Grund nicht hier. Sie sind abgehauen, aus Angst vor meinen Fritzen. Aber Boss, dieser Opa Kuttler hat uns wenigstens nicht angelogen. Dieser Schrott, den wir damals gestohlen haben. Ich wusste nicht mal, dass es so viel wert sein würde. Na und? Wir kriegen das Reliktfragment von ihm so oder so. Das bedeutet, das verborgene Land wird erkundet von niemand anderem als uns. Team Skull. Boah, Synchronisation wieder perfekt meinerseits. So, ähm. Ab in die Gilde, ab in den Sonnenschein, Alter. Und das, obwohl es Nacht wird. Knutluf ist nicht da, hat er ja bereits angekündigt. Jetzt haben wir wieder einen ungefähr 10-sekündigen Blackscreen. Pennen beide. Das war jetzt wichtig. Ach, da sieht man's nochmal. Diesmal seht ihr auch, was auf keinen Fall ein Labrass ist. Und Knutluf. Labrass. Lange nicht gesehen. Zu lange nicht, Knutluf. Gut siehst du aus. Geht's Plaudergeier auch gut? Ja, sehr gut. Freut mich zu hören. Ich wollte dir schon immer danken. Ich weiß, dass du dein Versprechen... Ich weiß dein Versprechen sehr zu schätzen. Und dass du's all die Zeit gehalten hast. Kein Problem. Nicht ein Rede wert. Aber heute... Heute bin ich wegen dieses Versprechens zu dir gekommen. Unsere Situation erlaubt es nicht, dass wir uns an dieses Versprechen halten. Du weißt vermutlich warum. Also erzähl mir bitte etwas. Und zwar über dieses seltsame Muster, das wir einmal gesehen haben. Frag mich nicht, warum ich jetzt Megalovania eingespielt hab. Der nächste Morgen. Aufstehen! Pisser! Moin, moin. Ei, ei, Captain! Wer wohnt in der anderen, das ganz tiefe Meer? Sponge, Bob, Schwamm, Kopf. Was ist eigentlich mit mir los in diesem Projekt? Kann mir das bitte irgendwer erklären? Ich will eine Erklärung für meine geistige Verwirrtheit. Ähm! Und deshalb, wie ihr euch wohl alle bewusst seid, ist der Gehenmeister noch nicht von seinem Gang zurück. Trotzdem hab ich die Absicht wie vorgesehen, zur Salzwasserhöhle aufzubrechen. Wir drehen uns alle verwirrt im Kreis. Hey, 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 hey. Wo wollt der Gehenmeister überhaupt hingehen? Ey, wo soll ich das wissen? Können wir das ohne den Gehenmeistern machen? Kein Problem, es gibt überhaupt keinen Grund für euer Bedenken. Der Gehenmeister muss entschieden haben, dass wir bis auf weiteres auch ohne ihn auskommen. Darum ist er bis jetzt nicht nach Hause gekommen. Außerdem habt ihr in Abwesenheit unseres Gehenmeisters mich. Ich kann euch anführen. Warum sagt niemand was? Das kann nicht wahr sein! Meuterei! Leute, raus mit der Sprache! Bin ich vielleicht unzulänglich? Oder scheine ich euch gar als nutzlos? Ja! Ja! Das hast du sehr gut zusammengefasst! Äh, ja, ich mein' nein! Das würd ich nicht sagen, Donabella! Wenn der Gehenmeister nicht hier ist, fühl ich mich weniger sicher! Hey, 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 hey! Er ist schwer zurückgeschauen! Aber hey, 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 hey! Der wird sich schon zeigen, wenn die dir schwierig wären! Aber der Gehenmeister ist jetzt nicht hier und daher müssen wir jetzt Verantwortung übernehmen und in seinem Sinne handeln! Das stimmt! Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aufgabe auch allein erledigen können! Machen wir's auf eigene Faust! Ich hab zwar keine Fäuste, aber scheiß drauf! Hast recht! Ich schon! Und du kriegst die gleich ins Auge! Wir können uns nicht immer nur auf den Gehenmeister verlassen! Ja, richtige Einstellung! Klaudergeil! Der Gehenmeister ist abwesend! Es gibt nur einen unter uns, der anführen kann! Ich mein natürlich dich! Wie? Wer ich? Nee! Der andere Klaudergeil! Selbstverständlich, das hast du gerade selbst gesagt! Das heißt, wir sind auf der sicheren Seite, weil du uns führen könntest! Geh voran, führe uns, Klaudergeil! Unser Führer! Ja! Jawohl, ja! Ich könnte es besser! Depp der gerade! Digga, für mich sieht das aus, als würde der gerade einfach da sitzen und dabben! Aber halt so richtig scheiße behindert! Äh, nun! Leute, ihr könnt immer auf mich zählen, wenn die Dinger schlecht stehen! Was los? Gib einen Startschuss, Alter! Ich weiß, ich weiß! Händst mich nicht! Ich fang jetzt an! Wir werden zu einer Erkundung in die Salzwasserhöhle aufbrechen! Leute! Vollbringen wir gemeinsam Großes! Ja! Okay. Auf in die Salzwasserhöhle! Ich glaube, ich habe aber eine sehr gute Typenkombination dieses Mal! Hört mir mal alle zu! Dies ist der Eingang zur Salzwasserhöhle! Euer Ziel ist, auf die tiefste Ebene dieses Dungeons zu gelangen! Dort findet man die gleichen seltsamen Muster, wie auf dem Reliktfragment das Fragezeichen man hat! Allerdings laut dort ein extrem bosshaftes Pokémon! Depp! Extrem bosshaft! Donnerwetter, das hört sich schrecklich an! Blaulagal! Was gibt's? Hat der eine Rolex? Nein! Dann ist er kein Boss! Der Gehirnmeister hat gestern über dieses Pokémon erzählt, aber du scheinst genauso viel über den Dungeons zu wissen! Ne? Ja, ja, ja! Klar, Geist, möglich, dass du schon mal hier warst! Ja! Ich bin hier schon mal hergekommen! Ich habe hier vor langer Zeit eine Erkundung durchgeführt, zusammen mit dem Gildenmeister! Tief in dieser Hülle haben wir dieses seltsame Muster gesehen! Damals erschienen diese brutalen Pokémon! Okay, also, wie waren die denn so? Brutal sagst du? Bosshaft! Äh, das weiß ich nicht mehr! Hä? Das weißt du nicht mehr! Ja, aber ich schäme mich, das zuzugeben! Sie haben uns ohne Vorwarnung aus dem Nichts angegriffen! Ich ging zu Boden, bevor ich irgendwas tun konnte! Als ich zu mir kam, versorgte der Gehirnmeister meiner Wunden, aber ich kann mich an die hervorliegenden Ereignisse nicht erinnern! Also kann ich euch nichts Näheres über die Angreifer sagen! Damit kommt man nicht weiter! Wir wissen also nicht, mit welcher Art von Gena wir jetzt zu tun haben! Ich schon! Oh, fuck! Dann sollten wir es vorsichtig angehen! Wartet mal! Hey, Plaudergeil! Zuerst sagtest du, es gäbe dort ein bosshaftes Pokémon! Dann sagtest du, sie hätten dich angegriffen! Gibt's mehr als eins? Nein, es war nicht nur eins! Es gab da ein extrem bosshaftes Pokémon, aber es war nicht alleine! Die anderen hatten Fake-Gucci! Ah ja, ich erinnere mich übrigens, sie griffen alle auf einmal an! Wasser schlug auf mir ein, wie eine Flutwelle! Wie eine Flutwelle? Also, ich denke, das ist eine Wasserattacke! Wir Boden-Pokémon mögen Wasser nicht! Ich hoffe, wir müssen gegen keine solchen Gegner kämpfen! Es wäre furchtbar gefährlich, es auf eigener Faust zu versuchen! Stimmt! Wir sollten es zur Erkundung der Höhle in mehreren Gruppen aufteilen! Jawohl, ja, das machen wir, Donnerwetter! Hey, 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 wir sollen Teams bilden, die nicht nur aus einem bestimmten Typ bestehen! Ihr beiden erinnert euch daran, was der Game-Meister gestern sagte! Die zwei Mitglieder von Team Geldwahlcode müssen in meiner Gruppe sein! Deswegen werdet ihr mich begleiten, wenn wir diese Höhle erkunden! Verstanden? Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr mich nicht zu sehr aufhaltet! Ja, aber ich mich leider nicht darauf, dass du mich nicht zu sehr aufhältst! Oh, erwartet nicht, dass ich alles für euch erledige! Nur die Belebersamen fresse ich selber! Willst du mich verarschen, Klaudergei? Können wir den nicht zurücklassen? Alles klar, Leute! Erobern wir die Salzwasserhöhle! Lasst uns alles geben! Hurra! Ab geht's! Wieso zur Hölle? Wie hab ich's geschafft? Oh! Hey, Boss! Sieht so aus, als werden die Löwele aus der Gilde alle schon drehen! Äh, sollen wir ihnen folgen? Ja! Wir verfolgen sie aber, lasst uns dabei unentdeckt bleiben! Wir sind Batman! Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwo am Ende an der Höhle, dann gibt's ne dicke, fette Respektschelle! Und danach gehen wir zum tiefsten Teil der Höhle! Wir werden allen Ruhm für die Lösung des Rätsels einsacken! Hey, Brillant, Boss! Dein Plan ist perfekt! Natürlich! Sei's drum! Wir werden's sein! Wir sind's! Team Sky werden diejenigen sein, die zum verborgenen Land gehen werden! Ich dabbe! Ich bin stolz auf diese Lache! So, Salzwasserhöhle U1! Auf jeden Fall sofort safe! Und ich hab hier übrigens, wie ihr seht, auch mal dreimal denselben Safe jetzt gesetzt, falls ich einmal aus Versehen einen überschreibe! Ich halte das eigentlich für sinnvoller! Also, wir sehen hier zum Glück, wie die Salzwasserhöhle sagt, einige Wasser-Pokémon! Und mit Scheinux und Schellast als Kombi! Wäre das echt cool, wenn meine Genauigkeit höher als 7 wäre! Oh, erster Gegner, Level 30! So, fast 100 Maximal-KP bei dem Typen! Oh, bei mir auch! Also, bei Schmünter! Das ist irgendwie voll komisch für mich! Ich selber seh mich ja nicht selber als Schmünter an, sondern nur als Günter aus dem ersten Let's Play! Und trotzdem sage ich oft, ich, wenn ich über Schmünter rede! Geld brauche ich nicht unbedingt! Aber ich muss ja aufpassen, dass ich keinen Belebersamen liegen lasse! Und ich werde hier sehr oft saven! Okay, die Ebene brauche ich jetzt nicht zu saven! Die auch nicht! So kann es weitergehen! Ich habe kein Problem damit, wenn die Höhle gut läuft! Ja! Was? Noch mehr, noch mehr, noch mehr! Oh, Mann! Alter, diese Gastrodorn sind ja sauschwach! Ich hatte echt nicht im Kopf, dass die Viecher hier so wenig einstecken! Ja, das Ding hat jetzt mal überlebt! Schön! Aber irgendwann habe ich auch echt das Gefühl, dass die weiterentwickelten Pokémon in solchen Dungeons weniger Leben haben! Kann das sein? Autsch! Plaudergeil, du Aufenscheiße! Also, jetzt nochmal zu dem Punkt, wir sollen Plaudergeil nicht blockieren! Der Typ, Alter! Da liegt eine Landmine! Landmine! Guck, ich kann es so ganz Humanity an! Da liegt einfach eine Landmine auf dem Boden! Und der Typ denkt sich, Och, treten wir doch mal drauf! Und jagen alle hier in die Luft! Das wäre doch lustig! Also, das Ding kriegst du hoffentlich auch sel----- Was machst du? Plaudergeil, warum hast du das Ding nicht angegriffen? Aber er lebt! Einerseits gut, weil dann kostet er mich keinen Belebersamen, andererseits schlecht, dass er lebt, weil er als Plaudergeil... Junge! Genau! Oh, der Typ! Der gönnt sich haarig! Ja, ich würde sagen, noch diese Ebene, dann reicht es für die heutige Folge! Den Rest der Salzwasserhöhle werden wir dann in der nächsten Folge bestreiten! Das kriegt ihr beiden ja wohl hin! Er gesagt, Plaudergeil braucht gar nichts zu machen! In der nächsten Folge geht es dann weiter durch die Salzwasserhöhle! Vielleicht werden wir auf Team Skull treffen! Und auf den bosshaften Banditen hier! Ich find's erstmal gut, dass ich jetzt innerhalb von vier Minuten Aufnahme noch die achte Ebene dieses Dungeons erreicht habe! Böllert! Wir sehen uns! Abonnieren! Liken! Stay hydrated! Was laber ich schon wieder? Brief! Ciao! 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 Ciao!